einen wunderschönen guten tag meine sehr verehrten damen und herren ein neues video ist am start oder jetzt gerade machen schön dass du hier vorbeifährst grafzeit bei der weihnachtsmann auf dem roller und wir gehen jetzt in den escape room ich hätte mit dem stefan schon vor monaten diesen termin ausgemacht und ich habe keine ahnung wie das da abläuft ein fun video auf dem kanal wird langsam mal wieder zeit leute und wir sehen uns jetzt im escape room wieder bis gleich so 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 ich habe schrauben geklaut ich bin ich hier mit dass ich für mich für die daumen ist hier und begegnet heute leben also seit 25 Jahren zu sehen alle gefälligungsordnungen heilen werde mir ist bewusst dass ich wenige meine gesamten hafenschapel überwacht werde um den wachbeisern um den folgen zu reisen das ist die wachbeisern sie genau das kann ich mir doch das selbe aber ja ja für uns die verboten gegen den begabten wachen wird die gegen den drogen nicht mehr und nein habe ich bereits einen hafschapel in dieser oder einen anderen strafe das kann ich mir doch nicht mehr so So, wir sind jetzt angekommen. Die Regeln wurden hier oben schon mal gesagt. Die stehen auch nochmal an jeder Seite an den Wänden. Ich wiederhole einfach nochmal, keine Gewalt an irgendwelchen Sachen anwenden, keine Gewalt unter, obwohl was ihr untereinander macht, ist mir scheißegal. Die Besuchszeit beträgt ab jetzt 60 Minuten. Sie können die Augen mitten jetzt abnehmen. Okay. Okay, ich bin anscheinend jetzt im Gefängnis gelandet. Du bist im Gefängnis, im Gefängnis ist jede Form von Gewalt gegen Menschen. Oh! Wow. Nee. Ach du Scheiße, Alter. Was für Geräusche, Mann. Oh, holy shit. Jetzt sind die echt. Auf geht das nicht. Alter! Na? Was ist hier los? Wie bitte? Können wir hier, wie die in Amerika immer. Ey, hast du mir ne Torte mitgebracht? Hi, ich kann dich hören. Ja. Ich weiß, du magst nicht da drin los. Aber dafür geht es auch besser. Digga, kannst du mal nen Anwalt anrufen? Hast du was in der Torte drin? Ah, warte mal. Dann mach ihn ins Fach rein. Ja, Mann. Mach rein, mach ins Fach. Ich weiß wie. Mach ins Fach, Alter. Mach ihn ins Fach, Mann. Ins Fach. Los, bevor die eine kommt. Digga, ich weiß, was ich mitmachen muss. Ich hab nämlich hier was. Ich spür mir nicht auf dem Dach. Mann! Und fest geht's? Warte, ich hab's gleich. Nein, dann geht's hier aber nichts. Dann geht's hier aber nichts. Nein, dann geht's hier. Ja. 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 Ha, digga. Digga. Ja, ich spür mir. Was? Ja, ich spür mir. Ja, ich spür mir. Ja, ich spür mir. Kommst du rein? Oder muss ich es von innen? Ich kann es nicht. Gib nochmal zurück. Ah. Ja. Ja. Und? Mach mal auf. Ich? Ja, oder nicht? Das ist doch auch bei mir. Das ist doch nicht rot. Aber es ist doch... Warte. Jetzt? Hä? Warte mal. Ich habe auf grün... Ach so, ja, warte mal. Genau, ich mache auf... Warte mal. Jetzt ist es rot. Warte mal, ich mache auf grün. Scheiße, nee. Bei mir ist es cool. Mach mal. Mach mal. Bei mir ist es doch cool. Beeil dich. Ey, ey Flex. Ja? Ich bin in der Zelle unter euch. Ich habe gehört, ihr wollt auch direkt ausbrechen. Ich kann euch vielleicht ein bisschen helfen. Ist das schön? Warte mal ruhig. Es ist wichtig, dass dein Besucher beim ersten die Kameras ausschaltet, damit ihr nicht gesehen werdet. Ich bin in der Zelle unter mir. Äh... Diggi! Unter der Zelle, unter mir. Da hat gerade einer gesagt, du musst als allererstes die Kameras ausschalten, damit wir nicht gesehen werden. Die Überwachungskameras. Da ist doch der Sicherungskasten noch nicht. Ja. Geil, Mann. Und jetzt? Warte mal, ich frage mal. Vielleicht hört der mich ja noch. Kumpel! Ey! Wir haben alles auf grün gestellt. Ich glaube, ihr müsst das nicht auf grün stellen. Nee! Das war das, hätte euch noch niemals unvorbereiteten diesen Ausbruchsversuch gesteckt. Vielleicht hätte ich irgendwas mitgegeben, um die Kameras zu hacken. Okay. Ula! Warte, was ist das denn mit der Feil? Äh, hast du was mitbekommen, damit wir die Kameras hacken können? Ey! Warte mal! Du hast doch so eine Weste mitgegeben. Da soll ich mal durchsuchen. Alter! Digga! Die Weste, deine Weste. Guck in die Taschen deiner Weste. Was ist das denn? Sind die Zettel dran, da hinten? Hä? Moment! 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 Ja, Moment! Ich bin ja nur gefänglich. Ich habe voll viel Zeit! Guck mal, so. Ich bin ja wieder bei der Anruf zu vermeiden, müssen mehrere Leder genutzt werden. Ich schlafe es nicht auf das Typ 1, 2. Indiretional, soll ich mit der Begabung erkenntlich machen. Niemand sagt, dass der Hauptstrom mit dem Notstrom-Anruf verbinden wird. Ja, jetzt da die Sicherung, man muss ich nur hier niemals raus. Was ist, was wird, was wird, was wird passieren? Konzentrier dich! Guck doch mal, die gehen doch so Striche lang. Ja, hier ist so. Äh, hier ist so. Alle auf rot. Soll das auf rot? Ah ja, sind alle Überwachungskameras auf rot, ja. Guck wieder, da muss noch ein Weg gehen nach unten. Grün ist... Rot ist, dass der Strom in die Richtung nicht mehr fließt und dass du grün bis nach unten leitest, oder nicht? Ne. Es geht hier um meine Zukunft. Jetzt kannst du die Eltern noch fragen, ob du noch einen Weg runter oder ob du mehrere Wege gehst? Muss er nur mit einem Weg runter oder mit mehreren Wegen runter? Ja, ich hab' mir das nicht ausgedacht. Hey. Warte mal, warte mal. Dein Zugang muss mit dem linken Symbol neben dem Hauptstrom anfangen. Also das muss als erstes grün sein. Okay. Das linke Symbol neben dem Hauptschalter, das muss zuerst grün sein. Was? Das linke Symbol neben dem Hauptschalter, das muss zuerst grün sein. Das linke ist ein Hauptschalter? Ja. Ne, ist ein Hauptschalter. Weiß ich nicht. Ja, anscheinend. Nicht. Ich kann ja von hier nichts erkennen, das ist das Problem. Notstromaggregat. Ja, Mann. Das Systeme werden heruntergebrochen. Überwachungssystem deaktiviert. Alter. Alter. Ich will hier raus. Hey Kumpel, wir haben die Kameras abgestellt. Aber wie geht's weiter? Aber wie geht's weiter? Wer ist das denn? Kommunikation unter einem Land ist genauso wichtig, wie es in der Stadt war. Ruf doch mal Bob Lohr an. Bob Lohr. Hast du deine Telefonnummer draufstehen? Eine Telefonnummer auf dein Settel? Ne, weil ich soll Bob Lohr anrufen. Wer hat er rufen? Bob Lohr. Ich hab die Telefonnummer, ich weiß doch die Nummer nicht. Doch hier. Hier, warte mal. Nein, zieh dich nicht an. Hier, Bob Lohr. Hier ist die Telefonnummer. Ruf doch mal an, Mensch. Lohr. Aber es geht nicht. Herr, besuch wirklich. Die Autisten haben wir ja nach Hause. Hey, die Telefonnummer ist halb abgekratzt. Was? Die Telefonnummer ist halb abgekratzt. Ja. Hast du ja nur noch gekauft haben? Ja, ich glaube. Ich hab ja schon... Wie muss es dir aussehen, weil du auch nicht so machen? 0, 1, 7, 1, warte mal. Ja. Warte mal, ich muss mal durchlesen. Mal ganz in Ruhe. Ja. Kalle Roboski, wenn dein totes Ding mal schief läuft, rufst du Bob an. Don Carlos, 5 von 5 Einkaufswagenchips. Warte. Tony Montana wird niemals frei von deinem Zeug, wenn man rufst Bob an. Ja, Bob Lohr. Warte mal. Warte mal. Lass uns mal Alphabet durchgehen, Digga. Ich hab ja früher mal drei Fragezeichen gehört. Also 0, 1, 0, 1, 0, 1, 7, 1. Ja. B ist zweite Buchstabe in Alphabet. H, W, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 15. Ich hab nicht gerade zugehört. 1, 5. H, W, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 7. 1, H, W, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 7. Warum man telefoniert denn jetzt? Aber ich kann gerade wiederholen. Doch nicht. Die geht nicht. Nein. Falko. Ja. Das O ist welcher Buchstabe im Alphabet? 100. Ne, sag mal. 2. Der 5. Okay, hab ich richtig. Und das L? A, W, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, F, Z. Ist falsch. Komm mal. Mann. Pass auf. Ja. Damit ich dir das erklären kann. 2 gehörte denken besser als eine. Was machst du denn da? Pass auf. Ich hab hier ein Plakat an der Wand. Nehm den Telefon. Ja. Da steht Bob Law. Es ist doch mal so, dass man manchmal den Namen als Zahlen eintippt. Das ist mein Gedanke jetzt. 0171 sehe ich hier. Ja. Ja. So, pass auf. Ja. Hier steht Bob Law. Also Bob ist der zweite Buchstabe im Alphabet. Richtig? Bob. 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 B, O, B. Ja, Mon Law. Nein, nein, Bob ist der zweite Buchstabe im Alphabet. Ja. Also eine 2. 0171, 2. Und dann das Ober 12? Nein, 15. 15. Okay, warte mal. 0171. 2. 2. 15. 12. 12. 12. Da. Da hört's auf. Der bin blöd. Wie heißt der? Bob. Bob. Bob Law. L-A-B. L-A-B. Ja, Bob Law. B, O, B, O, B, O, B, O, B. Ja, aber bis dahin komme ich nicht. Bevor ich's... Ich kann eintippen, warte mal. 0171. 2. 15, ne? Ja. Bis dahin geht noch. Dann kommt wieder Bob. Also nochmal B, nochmal die 2. Vier bis sechs Wochen später. Vielleicht muss ich auch schneller eintippen. Was ist denn das B? Okay, fassen wir nochmal zusammen. 15, 12, 23. Richtig? Ja. 0171. 2 für Bob. 15 für O. 2 für B. 12 für L. 1 und 23. Geht nicht! Hä? Ja? Bob hat auch mal meinen alten Kumpel Kalle Grabowski rausgehaut. Der ist immer noch auf der Flucht. Sie haben Post. Also er von unten sagt, der Bob hat auch Kalle Grabowski rausgehauen und der ist immer noch auf der Flucht. Kalle Grabowski? Da! Da sind die ganzen Steckbriefe. Kalle Grabowski. Ja, hab ich ja. Moment. Ist da ein Hinweis noch auf eine Telefonnummer? Da steht noch D.O. 42. Da hab ich nicht. Da steht noch D.O. 42. Da hab ich nicht. Da hab ich nicht. Ich hab hier noch Don Carlos. Warte mal. Da ist auch eine Nummer, oder? GB03. 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 Warte, wir wählen einfach die Nummer. Warte mal. Warte mal. Wir fangen von oben an. Also, äh, 01. Warte mal. Ganz oben ist Grabowski 171. Grabowski hat welche Nummer? 4-2. 4-2. Don Carlos? 0-3. Und Tony Montana? 7-3. 7-3. Doch, warte. Es weht. Hey, ich hab nicht lange Zeit. Such im Gefängnis nach Pfefferminzpastellen. Das ist das höchste Gut. Pfefferminzpastellen. Und dein Ausbruch geht weiter. Hä? Was ist denn so? Keine Wartung. So ein Spielbomben. Oder? Ich hab den Boss grad dran. Der hat gesagt, Pfefferminzpastellen sind die heißeste Ware im Knast. Aber ich hab hier. Digga, warte. Okay, da. 50 Cent. 50 Cent. Schieb mal raus das Ding. Schieb mal raus das Ding. Kauf mal Pfefferminzpastellen. Verdrück dich nicht. Wenn das Geld stecken bleibt, war's das für mich, Alter. Konzentriere dich. Ich muss immer noch auf die Spielbomben gehen. Hol die Pfefferminzpastellen, hat Chef gesagt. Ja, die sehen aber scheiße aus. Hol. Ich will hier raus, Mann. 50 Cent. Warten zu, weil ich noch 50 Cent. Ja, die bleiben gleich stecken bei diesen komischen Kackautomaten. Dann kennst du doch vom Bano. Ich bin vom Bano. Was ist da drin? Komm rein, Mann. Oder ich komm raus. Ja? Okay. Geht auf. Nein. Du hast doch den Alarm ausgestellt, hast du gesagt, Mann. Dann hab ich auch. Oh shit. Geht auf. Ich hab nur noch nicht mehr rausgesucht. In Zellen sind auf 10 Grad. Alle Insassen müssen sich sofort in die Zelle bringen. Ich wiederhole, wir haben einen Ausbruchversuch festgestellt. Alle Insassen sofort in die Zelle. Tür, ihr, Alter. Jetzt kommt die Strecke weiter an. Komm mit in den Knast, Mann. Komm her. Dann hab ich doch mit Zitronen gehandelt. Dann hab ich auch mit drinne. Scheißegal, aber wir können ja nachher wieder rauskommen. Los. Oh mein Gott. Los, zieh dir den Ohrholer an, Mann. Was soll ich machen? Den Ohrholer anziehen. Soll ich den anziehen, oder was? Anziehen, anziehen. Das passt mir nicht. Das sind doch Babygröße. Das darf ich nicht. Gut, dann lass es sein. Äh, dann zieh, äh, äh. Ja, so ist auch gut. Ah, hier sind die, ah, hier sind unsere Komparsos von früher, Mann. Hä? Ja. Oh. Oh, naja, sie war geil im Bett, Alter. Warte mal, darf ich mal deinen Ovo sehen? Ich hab da grad was gesehen. Geh mal her. Das ist doch von Dings. Das ist gar nicht deine. Warte mal. Flex, das bin ja ich. Das ist ja meins. Hä? Wie denn das? Oh, guck mal. Oh, nö, Alter, was ist das für ein Rätsel, Mann. Was denn? Dienstag, 3 zu 12. 12. Warte mal, Zahlencodes, warte mal, komm mal. Was? Warte mal. Ja. Hier, komm mal, komm mal her. Das ist ja, komm mal vor, wir finden die Studie noch. Hier, pass auf. Ich habe hier die Basketballergebnisse. Und zwar immer dann, wo ich gespielt habe. Aber Dienstag hat hier Billy gespielt. Hier ist, guck mal, hier ist das Zahlencode. Thorsten, guck mal. 3 bis 12. Oder muss ich nur die Flexdinger nehmen? Sehr, sehr, sehr viel später. Was ist ein Donnerstag? Donnerstag? 10 bis 11 Uhr. Äh. Ne, Donnerstag hat sie gespielt. 9 zu 8. Die Frage ist, wessen ist es? 5 zu 8. Aber da fehlt dann eine Zahl. 3 habe ich noch. Hier oben ist auch was. Ach so. Also, das ist das Erste. 9, 8? Ne, 7, 4. Ach so. Ach ne, warte, was ist denn nun? Das ist Montag, ja doch, Montag. 7, 4. Habe ich? Dann hatten wir 9, 8. Habe ich? Ja, Moment, aber da bleibt nur eine Zahl übrig. Aber wie gesagt, 1, 2, 3. Wie viele Zahlen sind das? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Wir müssen hier irgendwas, wir übersehen irgendwas. Ja. Habe ich auch gerade gemacht. Ja, hast du? Wie was wir schaffen. Ne, bist du länglich. Wie sind eigentlich deine letzten Spiele ausgegangen? Ich habe eine Menge Zigaretten auf dich gewettet. Sag nicht, dass du verloren hast. Ich sage doch, es hat irgendwas damit zu tun mit meinen letzten Spielen. Wie sind meine letzten Spiele ausgegangen? Ja. Die? Ich weiß es nicht, der Mann und die unter uns. Hier die letzten vielleicht von hinten nach vorne. Der letzte ist 5, 8. Samstag. Ne? 5, 8 habe ich. Ja. Und dann? Weiß ich nicht. Wir haben nur das Spiel. Flex. 5, 8. Hier haben wir gespielt. Hier habe ich gespielt. 5, 8. Hä? Okay, 5, 8. Und was war am Montag? 11 bis 12. 7 zu 4. Da muss man die zusammenzählen. 11. 11. Ne, das passt ja auch nicht. Ne, also 5, 8. 11. Was? Die abziehen wir dann, ne? Das sind auch nicht. 11 zu 12 oder was hast du gesagt? Was? Ne, was hast du jetzt gesagt da am Montag? Da. 7 zu 4. 7. Ja. Was? 5, 8, 7, 4 habe ich. Wieso? Was tischst du da als einen? Ich versuche hier, vielleicht ist die letzte Zahl. Ich habe dir eine, ich habe dir ein Spiel gegeben. Du hämmerst da 5 Zahlen rein. Passt nicht. 5, 8, 7, 4. Ja, aber die letzte ist, was ist denn die letzte? 8. Ne, 8. Hab ich. 5, 8, 7, 4, 8. Gut, dann wird der Reihenfolge los. Und dann wäre es 9, 8, 7, 4, 5, 8. Dann haben wir eine Tat zu viel, ne? Ja, und hier ist nur ein 3er. Ein 3er ist doch gut. Aua, kackant. Irgendwas übersehen wir ja. Ha? Was ist denn jetzt? Warum guck mal hier oben nicht erstmal rein? Hier, los. Oh mein Gott. Denk. 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 Ist das da oben drin? Nein, ich fühle es nichts drin. Wieso? Dann musst du mal zum Rohr. Da komm mal die Käse. Warum nicht? Hast du noch einen Tipp? Komm nicht weiter. Ja. 5, 8, 7, 4. Also mit einer Zahl, müssen wir das linke Schloss erstellen. Ja. Hey. Ja. Es geht nur um meine Spiele. Also, warte mal. Wir nehmen nur meine Zahl. Warte mal. Hier war, was war da? Nur deine Zahl. Nur meine. Nur meine Ergebnisse. Sag mal das. Warte mal, wie viele Spiele sind das? 1. Ja, hier, guck. Hier, 3. Wir machen mal 7. 7. 9. 7. 9. Come on, bitte. Ja. Yes. Verpück dich, Falko. Achso, Falko. Boah. Ich aber. Baby. Ich aber sportlich. Ja, was soll ich jetzt mit der Kackseife anfangen? Waschbecken. Ist alles drinnen da eigentlich. Ja. Hinde. Warte. Ich weiß doch nicht. Weg. Ich soll doch jetzt nicht die Seife hier abschubbern, dass da noch ein Zettel drin ist. Das wäre ja Quatsch. Wie lange soll ich das schubbern? Lecken. Da haben wir es reingeschrieben. Wasser geht doch. Wasser geht doch nicht. Oh, das ist wirklich gut. Muss ich nachher mal fragen, was wir sie gekauft haben. Was übersehen wir? Was übersehen wir? Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Wir schütteln. Wir schütteln. Ist da was abgedruckt auf der Seite? Ne, ich gucke ja schon. Aber... Es wirkt unheimlich gut. Flex. Also wenn du den nächsten 20 Jahre drinnen bist, dann... Was ist dein Name überhaupt? Was? Mein als Bait. Ach, Bait. Auf großer Turbulenz im Zellblock C wird euch gleich genutzt eine Zellenkontrolle durchgeführt. Verlasst eure Zellen nicht und kommt bloß nicht auf die dumme Idee, Dinge in Spülkästen oder unter Landenroste zu verstecken. Hier finden alle. Spülkästen. Da, Alcatraz. Wer ist er denn? Alcatraz. Alcatraz 19... Ne, 12. 12? Hier. Hä? 12. Ah, fehlt ja eine Zahl, ne? Lackenrost vielleicht noch? Ja. Ich hab was? Ja, was denn? Ich hab was. Flex Schneider, das bin ich. Wieso hast du Pust? Wenn du noch rein hast. Das ist von an. Also, hier steht drauf. Hey Flex. Warte mal. Hey Flex. Ich hoffe, es gefällt dir dein neues Buch. Ich dachte, das Thema könnte dich jetzt interessieren. Vielleicht steht ja was Nützliches drin. Ohne Nitro und dich herrschen ein wenig Grabestimmung im Rest der Gang. Niemand kümmert sich vernünftig um unsere Rent-Cards. Mein Lieblingswagen eiert inzwischen ein bisschen auf der linken Seite und schafft nicht mal mehr 148 Sachen. Mann! Deine geliebte Fortuna hat dieses Wochenende endlich mal wieder gewonnen. Hä? René mit Commander Krieger? Sie haben zwar ein irreguläres Arbeitstor kassiert, Abseits-Tor kassiert, aber Lumpy hat in der 79. Minute den Ausgleich gemacht. Und Bello später sogar hat das Siegdor geschossen. Will mich verarschen, oder was? Ich hab hier was im Buch gefunden. Der Don hat mich seit deiner Verhaftung schon neunmal gefragt, ob es dir gut geht. Es gibt es nicht... Er gibt es nicht zu, aber es setzt ihn sehr zu, dass die Gang getrennt wurde. Hoffentlich können wir bald was dagegen machen. In Liebe Bait. Das bist doch du! Das ist doch dein Brief! Ich bin ja schwul. Bist du Bait? Ja, ich hab grad in meinem Buch gesehen hier. Ich hab viel angekaut. Guck mal. Da hast du dir irgendeinen Code reingemacht. Pass mal auf. One, two, three. One, seven. One, two. One, one. Scheiße, Alter. Das war ein Buch. Was? Okay, warte mal. Da müssen wir in die Seiten gehen. Warte mal. Guck mal. Ich würde mal... Ich hab leider noch mal stehen. Ich würde mal sagen, du guckst mal in dein Buch. Ja. Seite 148. Gibt es 148 Seiten? Ja, locker. Okay. Was steht da, wenn du das zusammen... Da. Lies mal vor. Nein. Nein? Neun. Neun. Zahlenschloss. Neun. Alter, Mann, das ist ja... Mann, du bist gut. Dann habe ich die 79 Seite. Gehe ich von aus, das ist die zweite Zahl. Die habe ich nicht. Da war auch was. 16. Aber es reicht nicht. Das war's. Das war's. Ja, ich habe hier nur 148 Sachen. Warte mal. Ich mach kurz den Break. Ah gut. Auch wenn wir bei mir. Neun mal, neun noch. Warte mal. 148 waren es nicht. Da war's? Die neun. Dann hast du gesagt 16, ne? Guck mal bei neun. Äh, 16. Bei neun. 16. 79 Minute aus dem... Äh, schon neun mal gefragt. Also neun. 13. 13. Bitte, lass das rum, bitte. Schmalen. 13? Ja. Nein. Ach, wo ist denn der Noopsi? Come on. Ja, man. Alter, wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind richtig gut. Alter. Weiß ich nicht. Zahnbürste zu zweit. Das ist schon mal für uns. Boah, ernsthaft? Das war's? Ein Zahnputzbecher? Und ein Kamm? Really? Hier, warte. Warte mal. Ich muss das hier. Das ist schon mal für uns. Was war das? Was war das? Hier, der Pokal. Erleck mich am. Ach, hab ich nicht. Sind Sie geil oder sind Sie? Ach, hab ich mich erschrocken. Wie geil ist das denn? Digga. Los, weg hier, Mann. Nach dir. Die Seite hat sich mitgebrochen. Der ist behindert. Alter, hab ich mich erschrocken, Mann. Bei mir ist ein Raum. Wir sind hier oben im Schloss. Ey, selbstverständlich. Mach zu, die Tür. Was? Mach zu, die Tür, wenn die kommen. Geht nicht. Doch. Scheiße, so. Warte. Okay. Das sind zwei. Da geht's. Da geht's. Und da geht's oben, aber, ne? Hier. Da drüber. Da eben. Hier ist das Schloss. Das ist nur für die Futterklappe. Ich zieh mal an dem Seil, ja? Ja, mach mal. Okay. Siehst du da was? Alter, die Tür ist offen hier draußen. Da oben ist rot, Digga. Ja, Alter. Versuch jetzt dein. Muss doch einen Grund geben, dass ich jetzt hier... Wir springen mal zu da nach. Nee, nee, nee. Warte mal, wir sind doch nicht fertig. Warte mal. Wir sind das da. Was sind das? Achso, das ist jetzt zu bleiben, Schwarz. Versteckdose mal. Nix drinne? Nee, unten drunter? Ja. Geht's am Schluss? Ja. Ich bin aber der Schlüssel. Warte mal. Warte mal. Wenn ich das aufziehe, dann musst du mal gucken, ob du da draußen was siehst, das uns weiterhelfen kann. Weil es muss ja auch einen Sinn geben, dass ich jetzt hier... Oder du ziehst... Guck mal, dass ich... Vielleicht übersiehst du was. Da liegt ein Schlüssel. Da liegt ein Schlüssel? Da liegen zwei Schlüssel. Lass mich mal gucken, zieh du mal hier, weil... Warte mal, du geh mal. Warte mal, zieh du mal. Hier. Dafür. Warte mal, zeig du... Mach mal. Ja. Machen wir den. Der Zieher. Da ist noch ein Gefangener, Alter. Hier hinter auf der anderen Seite. Hey. Hallo. Da. Lass offen. Warte mal, was macht der? Ja. Er sitzt auf der Holzbank. Und da sitzt er noch mal drauf. Rainer. Rainer. Warte mal, warum? Dein Schiff wechseln. Rainer. Ja, toll, jetzt kommt sie. Aber sie geht wieder. Sie hat sich den Dolat genommen und ist gegangen. Fressen. Was macht er? Der macht irgendwas an der Holzbank, Falko. Halt das Ding offen. Ich seh das nicht. Hä? Warte, er macht hier hinten noch was. Und er steckt das hinten? Und pass auf. Er geht hier hin. Kniet sich hier so rüber. So. Ja, und wer soll denn das sein? Und jetzt muss man noch dazu machen. Und dann sehen wir hier was. Jetzt setzt er sich hier drauf. Ah, komm, die Kache ist nicht dran, wenn ich unter den Binnen. Nein. Ey, hier ist nichts. Ach, geht's nicht. Da muss was sein. Wir drehen lassen. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Wie, 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 was? Hier. Oh, das Ding mal hier. Oh, ja, 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 ja. Ich hab's. Ich hab's. Scheiße, ich weiß, diese beiden gleich groß. Jetzt müssen wir sehen mal Handwerk augen. Ja. Ja, hoch, hoch. Ach, das Ding. Lass das Ding halten. Lass das Ding halten. Ja. Lass das Ding halten. Okay. Das ist komisch. Du, der hat das Stimme nicht begab, das macht die ganze halterige Sachen. Eine Schlüssel schraubst das, glaub ich. Ne, Maschinenbronn, ne? Sechskan? Sechskan, Maschinenbronn. Vollgewinne. Mein Gott. Flex. Überraschend. Ja. Ganz in der Motto, Junge. Das hast du schon gemacht, was? Ja, das ist nicht, Junge. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Lüfters Schach in Kanu. Was soll jetzt? Wende hochziehen. Zellblock C. Zugangskarte vorzeigen. Garantieren Sie. Oh. Come on. Wo ist die Zugangskarte? Das versteckt man hier drin? Weißt du, Einmalverbrecher überall hier. Design-Profit. Sie riecht so gut. Ja, aber wir müssen doch hier in den mittleren Schrank. Die Sachen sind nicht für mein Kreuz gemacht. Ja. Öffne nur nach Prüfung des Besucherausweises. Ja. Dein Besucherausweis. Mann. Mann. Digga. 007-2. Der fällt von unten nach oben. Zurück anfangen 007-3. Das ist ja nur nach Prüfung. Wie geht denn das jetzt? Ah, hier sind unsere Sachen. Unsere Telefone und Dingens. Was ist das denn die für eine Aktion jetzt hier? Warte mal. Du musst das irgendwie aufreden, ne? Hat ja was mit unten zu tun. Was ist das? Das ist mein Schlüssel. Achso. Musst du drehen oder ich muss drehen? Also du musst ziehen oder ich muss drehen. Da soll ich schon sein. Ach, ich sehe es. Drüben, drüben, drüben. Da soll es schon sein. Ah, rausziehen, ja? Ja, genau. Was ist das? Guck mal, ne. Zulangskarte, große Erzblog. Zelle. Okay. Nice. Echt? Meine Seite. Hä? Da ist auch Schalter. Da sind überall Schalter. Oh, hinten. Da. Oh, hinten. Machen wir die Karte drauf. So, warte mal. Halber. Was drauf? Nein, halber dran. Was nuch? Hast du den Refekt? Ja. Was nuch? Was nuch? Hast du den Refekt? Was nuch? Ja. Was nuch? Die und die. Wieso nuch? Ja. Wieso nuch? Haha. Nein. Haha. So, warte mal. Okay. Ich äh. Gibt's da ein Muster? Warum? Ne. Da waren drei. Bei mir war alles rot. Bei mir soll ich denn drei Schalter gleichzeitig drücken? Hey. So. Sind die die beiden Kollegen? Jawohl, sind wir. Alles in Ordnung hier. Gut. Na, dann nach vorne kommen. Okay. Okay. Freiheit. So, drei Kollegen. Sehr schön. Servus. Für Ihre Ausweise, für Ihre Latteausweise, müsst ihr sie einfach hinstellen, damit ihr noch eine Fotofone machen könnt. Ich oben rüber auf. Hier habe ich zu neuer ihren Job. çar Ich hinzu oh Peir. Ah Gott ist jahle. Das war's für heute.